Katzenfischen Okay What's the catch? Well, there's this awful, awful brute swimming around His terrible and his stolen available belongings We need somebody disposable to go in and, well, get rid of him Ah, me, you mean? Well, you can't expect one of us to go, can we, ladies? We're blue-blooded, don't you know? Well, asses to you then I gotta watch out for myself Oh, dear What language? Don't worry, dear He's as dumb as milk Dumb as dirt like that It's dreadful, isn't it? Let me handle it, dear Listen, here, you, listen to me We'll give you ten percent That's a fun loss of now Ten percent? Yes, but one thing to remember Shhh, 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 come closer He's easily wound up Hm, yes Oh, and by the way The safe has a combination Yes, you know what that means? Well But it's not dangerous down there for us Hm? Come back And we'll open it for you Well, good luck Come on Top, top Off with you Ha, ha, ha I'm calling this fish Now, who's that about disposable? Hey! Ah, well, okay Die Natalie, wo ich denke? Die, die... Ja. Deren Namen nicht so lustig finde. Entschuldigung, Nathalie. Aber ist es so... Die kam jetzt so... So... Ach so. So, ich... Auf jeden Fall dauert es noch ein bisschen mit dem Endgegner. Ich hab ganz vergessen, dass die Stelle noch kommt. Da müssen wir natürlich schwöbeln und ich hasse schon... Ja, Katzen vergessen wir mal gerne. Ist das süß! Der erinnert mich an den von Silvester und Tomiti an den Hund. Ich find Beisen... Das ist so süß... Oh, mein Fletch, mit Beisen! Oh! So, ja. Ah ne, doch! Jetzt kommt doch erst mal das... Zahnräder. Die sind klasse. F*** off! Warum ist es, dass alle so offensiv hier drin sind? Ah, sie bringen mich zurück, meine missingen Kugze! Oh, F*** off! Du musst nicht schreien. Ich bin tot! Sprech auf! Oh, F*** off! Hm, warte mal einen Sekunden. Ha, 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 ha! Well, hello! Ha, ha! Aren't you the handsome one? Tell me, would you be prepared to do me a small favour? A little help, of course? Hi. And, um, yes, I would. Maybe. You see, my other self has lost a few of his, uh, shall we say, friends. And if you don't get them back, my life will be a misery. You know what it is. And? Just get them back. There's a good fella. Ups, tata. Tata. Hey! You, schweat! Don't ever do that again! Now, F*** off! Oh, ich bin ein schwules Zahnrader. Diese Szene hier ist die sexistischste, die es dem ganzen Spiel gibt. Weil Spiele wird es noch schlimmer. Wenn wir die Zahnräder geholt haben. Oh, Gott. Ah, die schon mal. Die ist knuffig. So, was war jetzt das denn mal? Hä? Ja, der ist da. Das hätte man damals in der Bahn auch machen müssen eigentlich. Eigentlich. Ah, da oben müssen wir der Tastatur ein bisschen scheiße zu steuern, ja. Das wäre schon hier scheiße. Weil das ist dann doch ein bisschen ungenome Tastatur, muss man zugeben. Das ist wie musikalisch und normal im Spiel ist echt erstklassig. Ja, das finde ich auch. Vor allem auch gerade den Fohlen, der Mighty Foo-Song, der war ja echt. Ja, der ist Hammer. Ey, das regt mich gerade so auf. Was ist das? Was soll denn die Shit-Fang-Scha- Der Saga, Mann, ich komme da nicht los. Oh Gott. Oh, wow. Ich weiß nicht, ob ich das wieder piepen soll. Ich glaube, ich habe es noch gerettet. Ja. Du hast das gerettet, aber das nicht. Fuck! So. Das musst du doch rauslassen. Ich kann nicht mehr. Mann. Ich heul, ich heul. Das war für mich jetzt so richtig Zeitlupe. Ja, ist recht. Ich brauche einen Kaffee, ich hole mir einen Kaffee. Ja, mach das. Wie wieder bei der Conga runtergeslippt ist von einem Seil. Das war so richtig Zeitlupe für... Ey. Deine Seele. Also, der Dommy ist mal kurz nicht verfügbar. Da muss ich einen Kaffee holen. Und er trinkt kalten Kaffee. So, jetzt ist der Dommy nicht da. Jetzt verrate ich euch mal was. Der hasst euch alle. Was? Ich habe nichts gesagt. Ach ja. So, auf ein neues. So eine Scheiße. Ob ich jetzt wieder so einen Glückssprung schaffe, ich weiß es ja nicht. So eine Scheiße. Das ist ein blödes Kaffee. Bitte lasst mich. Du bist ein blödes... Ah, ich höre aus. Ich höre. Ah. Alle guten Dinge sind drei. Wenn das noch lange gedauert, dann schneiden wir es raus und springen bis nach oben hin. Ich glaube, den Leuten, die finden das witzig. So, jetzt kommt diese doofen Zwischensequenz. Ja, ja, ja. Das sind immer dumme Fledermäuse. Also. Ganz ruhig dran. Ja, Conker ist recht. Böser grinst. Ja. Du musst aber da aufpassen, dass du mal auf Stopp kommst. Ja, ja, deswegen bin ich ja so weit unten. Da muss ich ja gar nicht hinschauen. So. Jetzt aber. Sonst, sonst esse ich eine Schüsselpuh. Ich müsste eh noch fünf Stück essen, glaube ich. Weil ich mal so oft beim Dart verloren habe. Feuchtenhundepuh. Genau, das waren fünf Schüssel feuchter Hundepuh. Das ist aber schon lang her. Juhu. Das war's. Vielen Dank für's. Vielen Dank.